Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Folge Minecraft OneBlog. Wenn euch das ganze gefällt, schaue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ja sogar ein Abo freuen. Und checkt auch gerne meinen Discord-Server und Twitch-Kanal ab. In dieser Folge Minecraft OneBlog bekommen wir das Ender-Portal und gehen auch schon zum Ender-Drachen. Und da muss ich mich entschuldigen, ich bin nicht der erfahrenste Minecraft-Spieler. Das ist das erste Mal, dass ich Minecraft versuche richtig durchzuspielen und die anderen sind auch nicht die größten Minecraft-Experten. Deswegen, wir haben ein paar Sachen falsch gemacht im Nachhinein, fällt mir das auch gerade noch auf. Ganze verzaubern, wir hätten uns einfach auch noch hier Tränke machen können und so. Ich hoffe, das ist trotzdem nicht allzu schlimm und jetzt viel Spaß mit dem Video. Dann crafte ich mir mal neue Sachen, ne? Ja, machen wir das. Hallo? Bietest du uns irgendwas an? Eisenstiefel? Ne, brauchen wir nicht. Ja, hallo. Haben wir noch Tonklumpen? Wir haben zwei Golems. Huh? Hier ist einer. Und da hinten ist einer. Ja gut, dann töte ich den einen wieder. Ähm, ja, baut jemand weiter ab, baut jemand weiter ab. Wollt ihr die Betten verlegen? Ich muss den einen Golem töten. Die Betten würde ich da eigentlich so lassen. Ich muss den Golem töten. Oh, wir haben 13 Ender-Augen. Als ob. Dann müssen wir ja gar nicht mehr ins Nächste sein, ne? Ne. Das ist ja praktisch, ja. Wollo. Dann haben wir die Portale komplett umsonst gebaut. Ja, oh mein Gott, Leute. Oh, oh, oh. Nice, 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 nice. Nice one, Jan. Geil. Und wir haben auch genug... Also, ruhe die Ender-Augen. Nice. Ja. Setz sie ein. Los geht's. Komm, wir schaffen das. Und? Ja. Ja. Nice one. Bring das ganz kurz zurück. Oh Gott, das sieht ganz komisch aus. Das sieht ganz voll merkwürdig aus. Hilfe. Das sieht richtig geil aus. Äh, oh no. Was ist das? Okay, Leute. Holt euch eure Ausrüstung. Wir gehen ins End. Ins End. Ja, okay. Aber nein, warten. Wir brauchen erstmal auch... Ähm. Äh, ja. Wir brauchen erstmal auch ein bisschen Materialien. Ey, wir können's jetzt... Wir können's jetzt zu Ende... Wir können's zu Ende führen. Habt ihr noch einen... Habt ihr noch einen Bogen? Und einen Pfeil für den Drachen? Ja. Dann nehmt euch auf jeden Fall einen mit, bitte. Wir müssen bettencraften. Wir müssen bettencraften. Ja, ich mach nochmal... Nimm hier ein Eisenschwert. Will noch jemand eins? Eins ist, glaub ich, hier noch in... Eins ist noch... Eins ist noch in der Kiste drin, hier. Draußen. Ah, okay. Wir müssen jetzt alles verbraten an Dias und so, ne? Ja, wir müssen eigentlich jetzt alle ein Dias-Schwert machen. Kriegen wir das hin? Äh... Die Dias sind hier. Ja, ja, das kriegen wir hin. Ja, wir haben hier locker... Also, wir brauchen's ja nichts für anderes mehr, ne? Oh, 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 what a nice one. Nehmt eure Betten mit, weil wir müssen uns da unseren Spawnfreund setzen. Brauchen wir Wasser? Oder verdampft das da? Ich lege euch jetzt hier jeweils ein Dias-Schwert hin. Ich glaube, das verdampft nicht. Ich mach einfach mal Rückstoß. Ich mach einfach mal... Oder was ist Band 1? Hallo? Band 1? Ja. Ich mach... Ich mach... Ich mach Rückstoß 1 erstmal bei mir. Ich hab dir mein Schwert gegeben. Ich guck, ob wir Bücher versaubern können. Bücher sind mir auch wichtig. Ja, okay. Wir haben noch verzauberte Bücher. Leute, ganz kurz. Kann mir noch jemand mein Brustding jemand verzaubern? Ja, kann ich machen. Ich hab nur noch 8, 7. Ich hab 15 noch. Ja, geil, danke. Hier ist auch noch eine verzauberte P... Hier sind auch noch Pfeile, ne? Ah, ja. Ganz normale. Ich... Äh... Feuerschutz 2 oder Haltbarkeit 1. Was? Dann ist doch deine Sicht ein bisschen komischer, oder? Aber da muss ich... Da muss ich das Ding zum Sack packen, ne? Den Helm. Den Helm, ja. Hilfe, was denn jetzt... Äh! Was denn für eine Sicht? Nee. Sterben oder die Sicht haben? Jetzt bin ich... Jetzt bin ich Paluten. Ich hab einen Kürbiskopf. Okay, wollen wir los? Warte, ich, warte, ich, warte, ich, warte, ich, warte, ich, warte, ich... Ich bin noch nicht fertig. Warte, ich setz das Ding aber erst im Dingsbums auf, dann kann ich so die Reise gut filmen. Okay. Okay, Leute. Drei. Ich glaube, es geht los. Äh, Goldäpfel vielleicht noch? Hab ich... Und bitte den Helm auf. Hab ich zwei. Okay. Hab ich zwei. Ja. Drei. Drei. Zwei. Eins. Oh Gott. Hilfe, wo sind wir denn hier? Achtung, pass auf, nicht drunter bringen. Das Ende. Wow. Wir kommen hier nicht mehr zurück, ne? Das ist euch bewusst. Stimmt. Ja, ich würde sagen, dann direkt schon mal das Bett bauen, oder? Ja. Und jetzt den Kürbis aufsetzen, ne? Nö. Scheiße. Äh, Leute, ich bin tot. Ich auch. Ich nicht. Geil. Das liegt am Bett. Man kann da drin nicht schlafen. Und jetzt? Du musst uns Blöcke runterwerfen. Ich hab noch, äh, acht. Weil ich hab eigentlich erstmal ganz kurz eingebaut. Ich muss mich ganz kurz hier erstmal... Dann musst du mir Blöcke runterwerfen. Wir müssen irgendwie die Türme da oben erstmal auch irgendwas kaputt machen, ne? Ich könnte mir meine Sachen geben, ich hab nichts. Ja, ich hab hier nur... Nur meine... Warum bist du denn auch schlafen? Ja, weil ich dachte, wieder Einstiegspunkt. Das ist, glaub ich, noch von dir. Ich glaub, das könnte noch von dir sein. Das ist noch von dir. Wir müssen irgendwie die Sachen auf den Türmen kaputt machen, oder? Ja, das ist doch. Oh mein Gott, ich bin angegriffen, ich werde angegriffen, ich werde angegriffen. Oh, ich hab das erste kaputt gemacht. Ich probier die Sachen kaputt zu machen. Ich baue mich mal hier hoch. Scheiße. Ich bin tot. Ich brauch Hilfe. Kann mich jemand hier... Kann mir jemand helfen? Ah, oh mein Gott. Okay, hat jemand meine Sachen aufgesammelt? Oder sind die weg? Ich hab sie aufgesammelt. Ich hab sie aufgesammelt. Der hat mich komplett weggedingst. Da sind Kartoffeln. Wo? Da sind die Sachen. Meine Sachen, ich brauch meine Sachen wieder. Ja, ich bin grad ganz wo oben, weil... Nein! Ich bin tot! Ich bin runtergesprungen. Scheiße. Alvaro, wie bist du gestorben? Ich wurde weggesprengt. Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Ich komm hier nicht mehr weg. Ja, ich... Komm mal. Ich hab keine Blöcke mehr. Ja, ihn hat Blöcke, ihn hat Blöcke. Geh weg, geh weg, geh weg. Warte, spring jetzt, spring, spring jetzt, jetzt. Der Enderdrache kämpft mit Endermännern. Ja, aber geh runter, geh runter. Ja, ich weiß. Ja, aber ich komm nicht jetzt nicht mehr hoch. Natürlich. Nein, hier fehlt noch ein Block. Ja, ja, das versuche ich. Ja, jetzt haben wir, haben wir, haben wir. Hat jemand meine Sachen? Nein, ich bin jetzt gestorben. Wo sind die jetzt? Weiß ich nicht. Ah, hier. Der wirft irgendwelche Bälle hier. Ich hab, ich hab ganz viel Rüstung. Oh, der kriegt Schaden. Oh, der kriegt ja so wenig Schaden. Ja, der wird die ganze Zeit... Warum bist du tot? Ich nimm ne Kiste mit. Dann können wir doch irgendwelche Sachen anpacken. Ja, bring mal Sachen mit, bring mal Sachen mit, bring Sachen mit. Ja, was alles? Achtung, ich... Blöcke, einfach nur Blöcke. Komm zu mir, Julius. Verteidige dich einfach, verteidige dich einfach. Er kann mich nicht sehen, er kann mich nicht sehen. Verteidige dich. Halt einfach das Schild vor. Hat jemand auch noch Blöcke für mich? Wäre ganz cool, wenn du mir noch welche... Ich hab fünf Stück. Bringst du? Ich baue mich jetzt hier hoch, ganz ehrlich. Wenn ich ne Enderperle benutze, dann krieg ich keinen Fallschaden, oder? Ja, schön. Ähm, kommt auf Anwohle, sehe ich nie was. Ein Ding ist kaputt. Warte mal, ich muss mich einmal ganz kurz... Hat jemand noch Sachen für mich? Äh, Dingsbums? Glaubt nichts. Ich hab gar nichts. Ich könnte dir was brauchen. Äh, Blöcke, Blöcke, Blöcke unbedingt. Ja, sonst baut doch ab, Leute. Ihr habt doch den Ficksex mitgenommen, oder? Nee, hab ich eben nicht. Ich bin ja gestorben, die ist auch noch nicht. Ich hab mehrere. Ja, wo bist du denn? Ich hab auch noch... Ich hab zwei Diamantschwerter. Ja, wieso sagst du nicht Bescheid, Dinger? Ja. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Und wie schon gesagt, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht sogar ein Abo freuen. Und checkt auch gerne meinen Discord-Server und Twitch-Kanal ab. Aber ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video. Tschüssi! 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 Tschüssi!